Anke Gubo! Warum? Versuch ich mich! Ist irgendwas passiert, Marley? Die Geschichtenerzählerin hat mir ihren Erzählstift geliehen und ich hab ihn verloren! Oh, äh, kannst du mir bitte, bitte helfen, ihn zu finden? Das ist eine wundervolle Idee! Wundervoll! Dann schleichen wir uns ganz leise auf Zehenspitzen hier raus! Wundervolle Idee! Irgendwo da drüben hab ich mir den Stift von der Geschichtenerzählerin geliehen, um ein paar Spiele für die Fraggle Club Idee aufzuschreiben! Und dann, weiß auch nicht... Ähm, vielleicht war es ja auch da drüben! Ja, ich glaub, da war es! Denn ich hab geschrieben, ihn beim Spielen zu gesehen, dann hab ich mich umgedreht und... Aha, da ist er! Da ist er! Du hast den Stift der Geschichtenerzählerin gefunden! In der Tat! Dankeschön! Ich bin's, die Stimme in deinem Kopf, mit der du gern alleine bist!